Vielen Dank, Sie haben es gerade gesehen. Ünal Alpugan und Hami, die spielen zusammen. Ausnahmsweise, das gab es noch nicht so oft in dieser Saison. Vier oder fünf Mal sind sie gemeinsam aufgelaufen für Schalke 04. Ansonsten unternehmen die beiden sehr viel, so auch am Himmelfahrt. Gemeinsam mit Arne Malch waren sie da unterwegs. Einen Bollerwagen zogen sie nicht hinter sich her. Und auch ein Stock mit Klingel fehlte als himmelfahrtsübliches Utensil. Ünal Alpugan und Hami Mandirali verbrachten den letzten Donnerstag so, wie viele normale andere Tage auch, in ihrem Lieblingsrestaurant. Die beiden Türken in Schalke 04s Kader sind zwar Familienväter, doch weder der gebürtige Gelsenkirchener Alpugan noch Hami messen dem Vatertag allzu große Bedeutung bei. Das ist schon ein Grund, dass ich feiern kann. Aber wir haben noch zwei Wochen. Danach werde ich vielleicht feiern. Bei uns wird für den Vater ein Geschenk gekauft, das ihm besonders gefällt. Es wird ihm am Vatertag überreicht und dann wird ihm traditionell die Hand geküsst. Mehr nicht. Viel zu feiern hat Hami Schalkes teuerster Neueinkauf ohnehin nicht. Die über 7 Millionen Mark Ablösesumme für Trabzonspor konnte der 30-Jährige nicht rechtfertigen. In der Türkei war er volkshell, schoss über 200 Ligertore, bei Schalke noch kein einziges. Zum einen hat Hami Sprachprobleme, zum anderen fehlt die Rückendeckung von Hübs-Stevens. Nur ein Spiel über 90 Minuten bei 18 Einsätzen, zu wenig Zeit, um seine Offensivstärke zu zeigen. Manchmal sage ich mir, dass ich hier vergeblich kämpfe. Ich sage mir sogar häufiger, kämpfen bringt gar nichts. Ich habe hier keine Chance mehr. Verzweiflung über ein großes Missverständnis. Bei Schalke wusste man vor der Verpflichtung Hamis von dessen Defensivschwächen. Jetzt tut man sich schwer, den 7 Millionen Mark Fehler einzugestehen und versucht ein Tauschgeschäft. Hami für Jungstafati von Galatasaray. Es ist ein sehr trauriger Zustand, das werde ich demnächst ansprechen müssen. Ich würde mir wünschen, dass Schalke mit mir direkt spricht und nicht über die Zeitungen. Im Gegensatz zu Hami steht Ünal Alpugan bei Schalke 04 eine positive Zukunft bevor. Mittlerweile ist der 25-Jährige vom Vertragsamateur zum Stammspieler geworden. Damit bewies er nachhaltig, dass er nicht nur als Dolmetscher für Hami in die erste Mannschaft rückte. Ich habe das selber vom Trainer gehört. Er hat mir das selber gesagt, dass das nicht stimmt, dass ich von meiner Leistung her mit dabei bin. In nur zwölf Saisonspielen nutzte Alpugan seine Chance. Gegen Freiburg gelang dem spiel- und zweikampfstarken Mittelfeldmotor sein erstes Bundesliga-Tor. Sogar die türkische Nationalmannschaft ist interessiert. Diese rasante Entwicklung hätte Schalke beinahe verschlafen. Er hat von seiner Spielweise her vor ein, zwei Jahren auch nicht anders gespielt. Und ich glaube, dann muss man eindeutig sagen, ist irgendwo ein Fehler passiert, dass der Spieler nicht schon mit 20, 22 Jahren in der Bundesliga gespielt hat. Ich muss erst mal meinen Stammplatz erkämpfen und dann kann ich immer hinterher sagen, okay, ich habe was erreicht. Im Moment bin ich so ein Typ, der also ganz ruhig ist. Ruhig eben, wie die Vatertagsfeier von Hami und Alpugan. Mal sehen, ob sie auch im nächsten Jahr bei Schalke so zusammenfeiern. Danke schön.